Beim DAX hat sich im Wochenvergleich nichts getan, aber bei der Stimmung schon, in welche Richtung es geht, das erfahren Sie gleich. Hallo Joachim, deutsche Aktien haben seit vergangenen Mittwoch unterm Strich noch ein paar Punkte verloren. Die bemerkenswerteste Reaktion darauf der von uns befragten Investorinnen und Investoren ist der Auszug aus dem Bärenlager. Haben da manche Gewinne mitgenommen oder was siehst du hier als Motivation? Ja, in der Tat, es ist so natürlich in erster Linie, es sind Gewinne gemacht worden. Die Handelsbandbreite, da gab es nicht viel zu gewinnen und nicht viel zu verlieren. Die war 1,6 Prozent gewesen seit unserer vergangenen Stimmungserhebung. Aber die institutionellen Investoren, die waren ja schon vorher mehrheitlich short gewesen und die haben hier in der Tat Gewinne mitgenommen. Das spiegelt sich im Börse Frankfurt Sentiment Index wieder. Der geht nämlich hier um 11 Punkte nach oben auf einen neuen Stand von minus 24. Das Bärenlager ist dabei um 8 Prozentpunkte geschrumpft. Ein Drittel geht direkt auf die Bullenseite, die anderen sind zu seitwärts gegangen. Also in der Tat Gewinnmitnahmen. Und dann natürlich hinsichtlich der Ereignisse, der Ereignisrisiken könnte man natürlich auch sagen, man hat sich hier lieber glattgestellt. Wir haben heute Inflationsdaten aus den USA im weiteren Verlauf des Handelstags. Wir haben morgen die EZB-Sitzung. In der kommenden Woche die FED. Da ist vielleicht mit etwas Bewegung zu rechnen. Und da will man vielleicht auch nicht unter die Räder kommen. Und das beste Argument ist aber trotzdem neben all diesen Dingen Risikoreduzierung etc. Das beste Argument sind eben Gewinne, die aufgelaufen sind. Die sind jetzt realisiert worden. Und stehen solche Gewinne auch hinter der Bewegung der Privaten? Da haben ja auch etliche ihre Short-Engagements geschlossen. Oh ja, Edda, zum 14 Mal hintereinander geht es hier nach oben mit der Stimmung. Der Börse Frankfurt Sentiment Index, der Privatanleger, der geht hier um neun Punkte nach oben auf einen neuen Stand von plus 16. Und so einen bullischen Stand haben wir seit dem 1. März diesen Jahres nicht mehr gehabt. Da haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung gesehen wie bei den institutionellen Investoren, aber auf viel höherem Niveau. Auch hier hat es Glattstellung, Gewinnmitnahmen gegeben und dann gleich verteilt die Auswanderung vom Bärenlager gleich verteilt aufs Bullenlager und zu den neutral gestimmten Investoren. Aber es ist bemerkenswert, die gute Stimmung bei den Privatanlegern, die auch letztlich im 3- und 6-Monats-Vergleich sogar noch ein bisschen höher ist. Was bedeutet nun die Reduktion der Bären für deutsche Aktien? Da ist ja eine ganze Menge an Nachfragepotenzialen auch gegangen. Macht das eine schlechtere Ausgangslage im Hinblick auf die weitere Preissteigerung? So ist es, Edda. So ist es leider. Jetzt ist gekauft worden. Die Unterseite haben wir ja irgendwo bei 15.450, 15.500 Punkten gesehen. Also eine erste Nachfrageschicht, die ist weg. Der Nachfragepool hat sich also verkleinert. Und das heißt natürlich für den DAX ein gewisses Risiko an der Unterseite. Es muss jetzt nicht gleich knallen, aber die Unterseite ist schlechter verteidigt. Und die Oberseite ist dafür, da haben wir ja an der Oberseite 16.100, 16.150 sind wir jetzt ein bisschen weit weg davon. Das wäre das Niveau, wo also Optimisten dann wirklich sagen würden, hier gehe ich eher raus als rein. Das heißt also, die Oberseite ist beim DAX vernagelt. Und das heißt natürlich auch letztlich, dass wir hier so eine leichte, kleine Schieflage reinbekommen in den Markt hinein. Von den internationalen Investoren haben wir allerdings nicht allzu viel zu erwarten. Die Bank of America hat gestern eine Umfrage, die September-Umfrage publiziert. Danach sind jetzt also die internationalen Fondsmanager global. Nur noch drei Prozent sind untergewichtet globalen Aktien. Und bei den europäischen Aktien, da ist halt leider nichts dazugekommen. Ist ein bisschen besser geworden, aber immer noch eine Untergewichtung bei europäischen Aktien. Und deswegen muss man dann schon fast hoffen, dass die dazukommen, wenn der DAX sie unter Druck kommt. Also unterm Strich sieht es nicht so doll aus. Naja, da wir beide ja im Grunde optimistisch sind und uns mehr über steigende und über fallende Preise freuen, dann hoffen wir mal, dass hier ein paar Nägel aus der Decke rauskommen demnächst. Okay, machen wir mal. Danke. Gerne. Danke. 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 Danke.